hallo ich bin der gamemob herzlich willkommen zu let's play skyrim teil 206 glaube ich ich hoffe ich lege jetzt nicht falsch irgendwie aus irgendwelchen gründen wir sind immer noch hier wir können immer noch bilanzen fälschen was wir immer noch nicht tun werden gibt es hier sonst noch stehlen nein naja ich glaube nicht ich bin zu faul dazu es ist ja noch mehr nein ja vielleicht die sie fragen wo sind wir wir sind immer noch hier und für sich fragen wo hier ist hier ist immer noch da ich bitte hintergrundgeräusch wie es so ein leichtes klopfen oder irgendwas zu entschuldigen spiel ich hab dir nicht erlaubt dich aufzuhängen nein gut braves spiel bei mir stimmt es gerade und da kann es dann dazu kommen dass leichte klopfgeräusche zu hören sind es guter relax man i can i still have to listen in my brothers hoppen about the stories about you and dark tidings in don't start ne das es hat es gebraucht waren ok got something for just about everybody in here give a holler if you have any questions can say i mind the sight of all the imperial guards it's a change for the better hier wurde nichts gestohlen gar nicht of course nothing in here is stolen so only a careless shameful idiotic fetcher would do something as stupid as to buy pilfer goods oh by azura i've made a terrible mistake i bought a gold ring and viola giordano has been missing a ring that looks just like it könnte den ring für euch zurückbringen it's not that easy she'd go to the yard if she knew i was even remotely involved you have to get it to her some other way look it's dangerous but if you sneak the ring into her house put it in a dresser or something i will make it worth your while woher stammen eure waren denn also ich glaub das war vorher ein übersetzungsfehler mit wurde hier nichts geklaut sondern gibt es hier nichts geklautes vielleicht eher woher stammen eure waren i've scraped this collection together by whatever means i could i do some business with the trade caravans and i've picked up a number of items from adventurers like yourself a few intrepid souls even brought some items back from morvenscar the fort south west of the city don't let the old sneak that ring oh a bit of this and a bit of that let's do it let's do it I can sell it well let's do it 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 so jetzt haben wir mal eine etwas andere quest wir müssen irgendwo einbrechen aber nicht ob etwas klauen sondern so wo ist das geht es noch ein bisschen genauer ja geht es hier ich bin ja mal gespannt wo bin ich ich bin hier irgendwo ich bin hier bei diesen außen dingern okay typisch immer leute beschuldigen und muss ja doch eine andere einbruchsmöglichkeit geben hey cool ich bin hier wo ich gar nicht sein dürfte gehe ich mal davon aus dann werde ich doch einfach mal warten weil ich mich nicht weiß ob das tatsächlich die glücks entscheidung war ich 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 war ich ja weiß von nichts ich ich es ich ich ja ich ich es ich 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 kann Oh Gott, jetzt kommt es. Oh, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ah, okay. Wo kam der jetzt her? Kam der von... Äh, nein, ich wollte nicht im Haus speien, sondern davor. Oh Gott, ey. Oh Gott, die Leute sehen, wann ich das aufgenommen habe. Ah, wie leid das im Jockey. Ach, die Jösser. Okay, ich muss ein bisschen weiter rüber. Vielleicht so. Ah, ja, vielleicht ein bisschen weiter. Sehe ich so weit drüben? Ja, ich hatte wohl so weit drüben. Auf Anki, wow. Na, steht jetzt. Hm, was habe ich denn schon? ist bei Bekleidung. Genau. Leise wie eine Dampfwalze. Oh Gott. Oh Gott. Hätte jetzt was Sekt, boah, ich darf hier nicht reinfallen, sonst... Würde interessieren, ob man da... Ah, ich kann hier hochraden, wie praktisch. Würde interessieren, ob man hier... Ah, ich kann hier nicht rüber springen, verdammt. Ähm... Hm... Wohin mich ist es jetzt tatsächlich interessiert, ob ich hier... Dezente Trickjumpen kann. Weil an Orte, die ich noch nie zuvor angekommen bin. Für Leute, die es interessiert, wie ich gerade auf springen komme. Ein paar Spiele verzichten hier auf die Möglichkeit zu springen. Wahrscheinlich ist sowas der Grund. Da... Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist... Könnte ich hier irgendwie hochkommen? Ja, das hier ist natürlich so gemacht, dass man da nicht rüber springen kann, obwohl es so aussieht. Okay, hässliche Textur... Die Frage, die ich mir tatsächlich hier stelle, ist... Könnte ich hier rüber kommen und würde die sich interessieren, warum mich das jetzt gerade interessiert. Es interessiert mich jetzt gerade irgendwie. Könnte natürlich auch einfach per... Schrei versuchen das zu machen. Hm... Privilege Sprint... Äh... Das war dieser falsche Knopf. Das war automatisch nach vorne laufen. Äh... Scheint nicht so. Natürlich werde ich das jetzt nicht auf Dauer aufzuprobieren, denn... Ich glaube, dann hätte ich Probleme mit dem Gesetz. Ah... Schon wieder voll der Knopf. Sollte mir den Knopf merken. Sollte mir den Knopf merken. Genau, das war ich. Genau, das war ich. Ah, verdammt. Wäre hier fast hochgekommen. Egal. Egal. Falscher... Nein, falscher Knopf. Das war der Knopf, den ich gesucht habe. Äh... Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Ich habe viel Respekt für die Restaurationsschule. Skyrim könnte mehr Healer nutzen. Äh... Ich habe Violos Ring in ihrem Haus platziert. Danke. Danke. Azuras Propheze hat dich immer immer zu Fortun. Ich spreche von Fortun. Hier. Alles, was ich aus meiner letzten Behandlung habe. Es ist dein. Was hat er denn eigentlich... Ups... Äh... Achso, ich hatte auf Hilfe geklickt, glaube ich. Der Monomythos. Der Monomythos. Äh... Äh... Ich habe einen Blick auf den Bogen. Ich habe einen Blick auf den Bogen. Ich habe einen Blick auf den Bogen. Na, ich finde es auch gut so. Just about. Äh... Nicht... Ich verkaufe alles. Angst für den Buben? Ich bin ein Schwertmann, mein Mann. Weil ich einmal mit einem Bogen geschossen habe. Natürlich. Äh... Ich gehe mal daraus. Ich glaube, wie kann ich da nicht mehr machen? Ich glaube, die Leute mögen mich nicht mehr. Woran könnte das wohl liegen? Äh... The... Fuck? We're one of the same kind, you and I. I'm glad to have met you. Looking for shipping? We always offer better service, than the East Empire Company. Achso, das war das. Ich war gerade zu direkt hier, weil die so... Flipp, auf einmal weg. Brrrr... I heard you were at the wedding of the Emperor's Cousin. In Solitude. Boss... Sorry, but I'm not looking to hire any more crew right now. Eddie and the Shifts Captain. The North Wind is my mistress. And I'm her master. I don't tolerate any disloyalty. You looking for work? I thought a sailor, who thought running a gang of thieves would be more money than hauling my cargo. You make an example of that gang. I'll give you a year's worth of pay. Isn't the goofy thought? The Hots the Spirit. Right? See you round. Never much cared for Windhelm. The place is depressing. Ah, I think I'll take the simple way. Hey. Look, a cave. I wonder what's inside. ... I think it's not a big deal. I think it's not much. I think there is not much to get. ... 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 wiederbelebt aber Ich hätte auch einfach hier hoch gehen können, sehr intelligent. Also vielen hält der auch nicht aus. Der Ausschütter. Oh mein Gott. Ich hänge. Ich hänge. Toll. Das war nicht das, was ich wollte. Ach so, da ist die Lampe im Weg. Ich bin richtig jung, kann ich natürlich nicht springen. Ja, das war ich. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Ich weiß nicht, was ich hier ist. vielleicht bin der maus verurscht glaube ich hätte einfach nur nichts drücken nein doch ich muss irgendwas drücken alles meint ich weiß nicht was das ist aber alles meint moment ist das gerade nur ob ich wollte sagen sieht das gerade nur optisch so aus oder ein folgend bug zu sein die frage die ich mir tatsächlich stehe kommt man da hoch ja man kommt da hoch aber wie kommt man da hoch ja 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 Ja, toll. Ja, da sind Steine, auf die man theoretisch springen können sollte, aber man kann nicht. Ich könnte auch einfach gucken, nein, ähm, ich versuche das jetzt mal ohne. Das ist schon mal nicht. Okay, das ist es nicht. Moment, habt ihr sicher einen Schrei dafür? Okay. Ja. Kann das sein, dass es hier irgendwas gibt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur reine Deko ist. Ich gehe jetzt mal aus der Höhe der Außenversuche ein bisschen weiter und schaue, ob irgendwo in der Nähe andere Dinge sind. Wenn nicht, dann. Ich schaue, ob hier irgendwas ist. Nein, im Moment kann ich ja nicht, weil sonst es mir auf der Karte ja das anzeigt. Also, ich kriege es auch. Hier ist auf jeden Fall so ein komischer Effekt. Obwohl ich nicht weiß, ob das eigentlich absolut nicht ist. Weil ich erstmal... Ich möchte nicht herausfinden, ob da oben mehr ist. Ah, da oben ist tatsächlich was. Wow. Jetzt hätte ich es gewusst. Ja. 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 Wir müssen wenigstens auch ein Turm. Das heißt, ich kann hier hoch, kann hier nach links und kann hier wahrscheinlich rüber gehen. Oh, ich bin zu schnell für das Spiel. Der wusste, es geht. Ah. Oder auch nicht. Ich muss aber nicht speichern. Poink. Die sind vom Boden weggepoinkt. Ich habe gerade, ich habe was gehört. Genau, wollte ich auch immer sagen. Ey, hier ist eine Höhle. Das war gerade ungewollt lustig. So. Warte eine halbe Sekunde Unverwundbarkeit anscheinend. Oh, wasser. Wo ist er? Da. Ah, wo ist er? Hier ist ein Eingang. Oder war er hier schon mal? Ich war hier noch nie direkt, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nie war. Nee, sonst wäre hier nichts mehr. Ich bin mir nicht mehr. Doch, hier war ich schon mal. Ja. Interessanter Grafikpack. Okay. Ah, man kann hier... Ah, man kann hier weitergehen. Ist aber gut versteckt. Das ist echt gut versteckt. Da oben ist ein Droll. Folge dem Trampelpfad. Das Trolldrio. Wo ist Nummer O3? Nummer O3 ist gar kein Droll. Doch, Nummer O3 ist der Droll. Ach so, du bist eine Wäldererin. Ah, ich werde jetzt nicht stehlen, sondern... Wow, das sieht cool aus. Was ist das denn? Komm, du Hirsch. Was zur Hölle ist das für ein Ort? Oh, den kenne ich gar nicht. Mann. K... K... Kränzel. Kenne ich nicht. Das wird lustig. Ja, tatsächlich, da ist dieses Feuer und da hinten ist... Okay. Ich bin ja mal gespannt, was es mit dem Ort auf sich hat. Oder ob das eine... Nein, ich kann die Tür öffnen. Das heißt, dürfte normalerweise so oder so gehen. Ich mag die immer Ruinen. Die sind immer ziemlich cool. Ich mag, wenn es kalt ist. Uhohoho. Ich habe ein schlechtes Gefühl, über das. Wir rühren, zählte ich mit dem Krugel. Ah, ich wurde jetzt gescannt, glaube ich. Hey, wie? Cool. Mit wann habe ich gespeichert? Ich will das nochmal machen. Ich habe das jetzt nicht ganz über... Okay, das Geräusch nervt mich. Der ist hier gestorben. Der ist hier gest... Oh. Ich habe das... Ich will jetzt sehen, ob ich steuern kann. Ja, ich kann steuern, aber nur in einem bestimmten Bereich. Also es ist jetzt so gedacht, dass ich da runterfall. Oh Gott, die Toiletechstour, yo. Warte, drüben ist der Ausgang. Wer mich hier nicht umsehen, ist mir zu trüb. Achso, das ist ein Fisch. Ah, Fallma, okay. Ich habe die Treppe genommen. Schlechter Witz. Oh, 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 oh. Boing. Boing. Hier geht's. Also das ist schon mal ein sehr cooler Einstieg. Mei, die Schweine kommen von hinten Und ja, ich bin mir der Ironie dieser Aussage sehr bewusst. Das ist jetzt so eine Fakte, okay. Okay. Ich habe da eigentlich genug gedrückt. Hm. Hm. Moment, Steinbachhülle. Und jetzt sind wir tatsächlich da, wo ich gedacht habe, was wir sind. Aber... Ach, Kargänze ist abgeschlossen. Okay, dann. Hui. Das war jetzt... Aber der Fall war ja mal episch. So wie durch Zeit und Raum und... Derbe. Nett. Nette Quest. Also... Nicht direkt Quest, aber... Netter... Ähm... Ja... Netter Dungeon quasi. Wie. 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 Der magt mich nicht, glaube ich. Wie schlecht er jetzt? Okay. Mir fällt gerade auf, da gibt es keine direkte Möglichkeit, aufs Festland zu kommen, oder das lege ich da falsch. Ist ja dann schon sehr unbrauchbar. Was ist, wenn der jemand ins Wasser stürzt? Da wird besser. Um euer altes Besatzungsmitglied hat man sich gekümmert. What the fuck? Oh, okay. Ich habe keine Ahnung. Diese Türen. Ach, Oskar, ich habe keine Ahnung. Oh, oh, oh. Moment, Moment, was ist mit seinem Auge? Ich finde es eigentlich nett, entweder ist es ein Bug oder ein sehr nettes Detail. Mit seinem Auge. Aber mit diesem Ausblick... Aber mit diesem... Moment. Ich doch schon, oder? Jo. Aber mit diesem Ausblick beende ich den Part. Ich sag jetzt nichts. Mei. Ne, was ist hier eigentlich? Lagerhaus? Das mach ich jetzt noch. Okay, der Name ist Programm. Das ist jemandes Lagerhaus. Aber wem gehört der Ort? Aber es ist ja interessant, wie das hier aufgebaut ist eigentlich. Könnte ja auch ein Haus sein. Hätte er etwas mit einer niedrigen Decke erwartet. Auf jeden Fall, mit diesem Ausblick wäre nicht ein paar. Hätte ich auch so gefallen. Oh, wenn ja, dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann.